Sportsfreunde, hier ist das gute Stück der Muskelmacher-Shop Adventskalender 2021. Einmal vegan, einmal nicht vegan und was euch erwartet, erkläre ich euch in diesem Video. Yo, Sportsfreunde, wir haben uns gesagt, 2021 wird der beste Adventskalender an den Start gebracht. Letztes Jahr haben ja schon viele gesagt, das ist mit Abstand nicht nur der fitteste, sondern auch der beste Adventskalender im Bereich von Fitness, Sportnahrung und so weiter. Jetzt haben wir uns das ganze Jahr schon Gedanken gemacht, was wir 2021 in den Kalender packen. Es müssen einfach Überraschungen sein, 24 Fitnessüberraschungen, die es so noch nicht gab, 24 echte Newcomer. Und wir haben uns tatsächlich schon das ganze Jahr Gedanken gemacht und immer, wenn wir irgendwas gefunden haben, gesagt, das kommt in den Kalender, das muss da rein, das ist eine wirkliche Innovation, das ist wirklich cool. Und genau das ist unsere Mission für den Adventskalender 2021 und noch eine weitere Besonderheit gibt es. Du entscheidest, ob du den Muskelmacher-Shop Adventskalender oder den veganen Adventskalender bestellst. Also auch in anderen Worten ausgedrückt, für die Veganer haben wir einen eigenen Kalender kreiert mit 24 vegan-tauglichen Fitness-Snacks und Überraschungen. Es ist am Ende deine Entscheidung. So, für alle, die jetzt sagen, ich will jetzt wissen, was ist enthalten, ich könnte das jetzt einfach euch zeigen, könnte sagen, genau das ist drin, aber dann ist es eben auch keine Überraschung mehr. Ja, machen wir es einfach so, dass du direkt unter diesem Video einen Link findest zu beiden Adventskalendern und du kannst reinschauen, es ist deine Entscheidung und da Zutaten findest du all das, was enthalten ist. Aber ganz klar, dann hast du eben keine Überraschung mehr, es ist am Ende deine Entscheidung. Beide Adventskalender haben eins gemeinsam, sie werden liebevoll von Hand bestückt, nämlich hier bei uns in Berlin in unserem Headquarter. Wir machen uns nicht nur das ganze Jahr Gedanken, was in die Adventskalender reinkommt, sondern wir machen uns natürlich auch Gedanken, wie wir diese Dinger so richtig traditionell, back to the roots, familienunternehmensmäßig herstellen können und das Ganze wird von Hand bestückt. Vielleicht mache ich auch mal ein Video, lad das bei Instagram hoch, dass ihr mal seht, wie eigentlich Adventskalender hergestellt werden. Das Ganze ist wirklich Handarbeit und ja, direkt unter diesem Video bestellbar. Alle, die uns schon aus dem letzten Jahr kennen, haben fast schon komplett zugeschlagen, weil sie einfach wissen, was wir da jedes Jahr aufs Neue abliefern. Dann lass dich überraschen, direkt unter dem Video alle Infos. Wir sehen uns, viele Grüße, dein Simon.